Hey Paul, du spielst doch mit. Du spielst doch mit. Ja. Zeig. Mach mal an. Ich bin Apollo, Sohn von Demon Sirus und Erbe der Sirus-Kong. Apollo, mein Sohn, tu was getan werden muss. Ja, Vater. Kommando, wählen Sie Ihr Vater. Wenn wir zusammenarbeiten, werden Sie um Gnade winseln. Platzieren Sie die Fahrzeuge auf der Bahn und starten Sie den Scan. Wir erleben hier vielleicht gerade die Geburt einer Person. Genau. Als Zusatzweise. Was passiert beim Schießen? Da schießen Sie mal her. Erkennen Sie sicher, wenn er ein Kräft da ist, dann läuft es da. Erkennen Sie sicher, wenn er ein Kräft da ist, dann läuft es da. Boah! Nein, es ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020